25 Jahre Bauernmarkt bedeutet einfach viel Engagement, viel Arbeit. Wir haben in der Zeit viele Ideen geboren. Wir haben zeitweise einen Bauerngarten auf dem Rathausplatz gebaut. Wir haben mal Erntepyramiden aufgebaut. Insgesamt ist der Bauernmarkt gewachsen von ursprünglich 30, 40 Ständen, inzwischen auch manchmal bis zu 115, 120 Ständen. Jetzt sind wir gerade in einem Bereich von 105 dieses Mal. Mal wieder ein bisschen Normalität und ja, es macht Spaß. Sonnenschein, das Wetter passt. Ein und zwei. Nach fast zwei Jahren Stillstand für uns als Markthändler Mal wieder unter den Leuten zu sein. Es geht manchmal weniger ums Geld verdienen, sondern einfach, dass man wieder rauskommt und dass die Leute wissen, dass du noch da bist. Wenn man warm genug angezogen ist, ist das Ganze nur abblumen. Blicken im Das war's für heute. Das war's für heute.